Wenn ihr so jemanden wie mich seht, denkt ihr sofort Bombenleger, oder? Ja, das denkt ihr. Ich denke das nicht. Warum soll ich also kein Bombenleger sein, wenn ihr mich so behandelt? Maschallah, Bruder. Ja, Maschallah. Vier junge Männer im Auftrag von Allah. Ich folge dem Ruf, Bruder. Was für ein Ruf? Ausbildungslager. Im Kampf gegen den Westen. Und nicht sonderlich begabt. Was macht ihr da? Falls sie Fotos von uns machen. Was? Das sind total idioten. Die können nicht mal einen Tee umrühren, ohne dass die ein Fenster einschlagen. Genießen Sie schwärzesten Humor aus England. Wieso tun Sie das hier? Irgendwas hochbomben. Was sollen wir denn hochbomben, Watsch? Internet. 4 Lions. Bei Kinowelt.TV. Kino zu Hause.